Musik Servus und Willkommen zu einer neuen Folge von Crafts the World. Ja, ich habe das letzte Mal eine große Schlacht abgewendet und sozusagen noch einen auf dem... zwei Ritteln auf den Kopf gehauen. Das heißt, jetzt fehlt nur noch einer? Na super. Ja, hauen wir sie weg. Ihr müsst ne reichen. Aber locker. So, geht schon wieder mit dem Kämpfen los. So, du gehst gleich ins Bett. So, mach sie mal platt hier. Schön zerlegt. Brustel mal in den Arsch weg. Danke. So, jetzt abreißen. Außer sehen, das Wildschwein getroffen. Auch nicht schlecht. Ah, und das ganze Zeug aufräumen. Gut, das heißt jetzt, der schläft schon. Der sammelt. Der geht schlafen. Schaut ganz gut aus. Ich habe, glaube ich, auch keinen verloren. Noch viel besser. So, und das heißt, mir hat das Symbol hierhin gezeigt. Das heißt, ich werde jetzt mir ein Portal machen. Das mache ich mal hierhin. Den haue ich auch schon mal auf den Backen hier. Oh, und dann gehen wir mal ins Inventar. Ich habe bestimmt noch irgendwo Fackeln um Eiern. Ich spiele immer Spiele, wo es Inventare gibt. Ich finde das so super. Tausend verschiedene Inventare. Und ich kann mir nie merken, wo was ist. So, und jetzt hätte ich gesagt, wir gehen einfach... Nein, ich bin mal ehrgeizig, weil ich brauche auch Mitril. Dann gehen wir hier entlang. So, das heißt, mir fehlt jetzt nur noch das Tor. Und, äh, ja. Ah, wie gesagt, jetzt kann das alles in diesem Bereich hier sein. So, wir drücken mal F3, weil wir möchten ja schneller werden. So, das heißt, das Mitril-Erz wird ersetzt. Das auch. Das auch. So, mit Riedler setzen. Ja, hier ist noch alles dunkel. Wie gesagt, es kann auch hier hinten sein. Aber wir werden es, wir werden es rausfinden. Wir werden es rausfinden. Wir wissen ja jetzt schon mal, dass es auf jeden Fall mindestens fünf Teile sind. Das wusste ich ja vorher noch nicht. Könnte ich mal langsam meinen Leuten Mitril, äh, Pics, Pics machen. Okay. 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 Der zeigt auch darüber. Aber... So, da ich sowieso jetzt gerade mal ein komplettes Mana auf den Kopf hau, ist das sowieso scheißegal. So, lass mir den nochmal suchen. Okay. Gut, dann heizt es jetzt. Ne, ich möchte hier nicht hin. Ich möchte hier hin. Möchte ich eigentlich auch nicht. Möchte hier durch. Äh, na super. Das heißt, ich brauche jetzt wieder meine Steiger. Komm hier hin. Oh Mann. So, ich hoffe, dass ich jetzt den Kerl letztendlich finde. Hört lustig aus. Was ist denn du? Blauer Kristall. Okay. So, das Ganze ist das jetzt auch schon mittlerweile als Erz gibt. Aber, ja. Wie gesagt, so weit war jetzt. Wir habe ich noch nie. Also, wir haben, ich mache das wirklich jetzt so, so blind mäßig, ne. Also, total blind, ne. Also, ich habe die Augen geschlossen. Ja, mach mal weg da. So, wir haben, wir haben ihn entdeckt. Den Portalraum. So, das heißt, jetzt. Zwei da. So. Oh, Pauli. Zack. Ritter in drei Sekunden. Dankeschön. So. Willkommen, kleiner Raum. Ich mache hier auch mal eine Fackel hin und hier. Und hier auch. So. Und dann heißt es jetzt. Wir gehen mal und drücken E. Beziehungsweise I. Das war jetzt, soweit ich weiß, in diesem Raum hier. So, das erste Portalteil. Äh, das ist jetzt ein blauer Kristall. Das sind zwei Steine. Das ist dreimal Stahl, einmal Mitril und einmal Gold. Und wir haben Aufgabe, füllt, reprädiert das Portal. So, dann heißt es, als nächstes, wir fertigen zweites Teil. Das heißt, ich brauche wieder Stahl. Ich brauche Stein. Ich brauche einen dunklen Kristall. Ich brauche einen Goldbahn. Ich brauche einen Mitrilbahn. Und ich brauche einen blauen Kristall. Und wir haben das zweite Teil fertig gebaut. So. Dann fertigen wir als nächstes drittes Portalteil. Das heißt, mir fehlt Mitril, mir fehlt Goldbahn. So. Ich hätte mal gesagt. Aha. Okay, mir fehlt Gold. Aber. Wir haben ja Glück. Wir haben hier Gold im Überfluss. Und einer muss ja mit der Spinne spielen. Huhuhu. Unser Bogenschützer hat getroffen. Tschüssi. Na, klasse. Hey, da ist mir gerade das Spiel etwas entklippen. Ich hoffe, man hat nicht jetzt zu viel gesehen, aber oder zu viel nicht gesehen, aber die klopft halt momentan nur einfach lustig rum. So, Mitril müsste ich eigentlich auch genügend zu Hause haben. So, das heißt, jetzt gehe ich hin und produziere nochmal ein Gold. Ich brauche auf jeden Fall drei davon. Ich sage mal, sechs davon müsste reichen. Kommt ihr nach Hause oder bleibt ihr hier für länger? So, und dann drücke ich mal F3. Das kann ja ein wenig schneller gehen hier hinten. So, ja. Was ich jetzt euch natürlich fragen kann, weil, äh, ich bin mir ziemlich sicher, das schaffen wir jetzt doch alles in dieser Folge, ist, ja, wie soll es weitergehen? Wollt ihr gleich die zweite, äh, was heißt zweite Staffel, sondern wollt ihr gleich die zweite Welt hinten dran ziehen? Oder sagt ihr, nein, äh, fang mit einem neuen Projekt an und zeige, wenn das neue Projekt durch ist, die nächste, äh, Season von Crafts the World. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, es gibt, äh, zahlreiche, äh, die da mitmachen und auch das kommentieren und das, äh, mir auch wissen lassen. Nicht nur, dass ich jetzt sozusagen dann hingehe und sage, okay, es schreiben drei, vier Leute rein, äh, wir wollen es nicht sehen. Und die, äh, stille, äh, Gemeinschaft sagt, ey, ich will es eigentlich sehen. Was macht ihr für ein Scheiß? Also, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ja, nein, oder lasst einen schreiben, äh, ich möchte es, äh, ich möchte, dass es weitergeht, oder nein, ich möchte ein neues Projekt und stimme dann mit, äh, Daumen hoch ab, dass man es auch sieht. Also, diese zwei Möglichkeiten gibt es ja. So, dann heißt es jetzt, ich habe jetzt, äh, das alles schon mal vorbereitet. Und zwar die ganzen Barren hoffentlich, äh, gemacht. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht noch irgendeinen Scheiß suchen muss. So, das dritte Teil vom Portal ist, äh, ein grüner Kristall, ein blauer Kristall, zwei Steine, äh, ja, super. Der war toll. Nochmal, grüner Kristall, blauer Kristall, zwei Steine, einen Goldbahn, einen Mithrilbahn, hey, ich drehe dich, ich drehe mich jetzt gleich selber in den Arsch. So, vielen Dank. So, Mithril, Gold, Stein, grün, blau, fertig. So, dann als nächstes fertigen wir das vierte Portal-Teil. Das heißt, ich brauche wieder drei Stahl. Na, Mist. Ich brauche auf jeden Fall noch Stahl. Kann ich schon mal, äh, produzieren lassen. Wir warten mal kurz ab. Beziehungsweise, nee, das, das Teil kann ich schon mal fertigen. Halt, das war ja da. Nö. Hä? Da ist es. Ah, das heißt, ich brauche drei Stahl. Dankeschön. Dann brauche ich zweimal Stein. Dankeschön. Dann brauche ich einmal Gold, einmal Mithril, einmal grüner Kristall und einmal blauer Kristall. Ah, bestimmt sehr stabil. Schwankt auch nicht rum. So, dann warten wir mal ab. Gut, wir gehen wieder hier hin. So, den Plan haben wir natürlich auch mal eingestellt. Wir haben zwar schon gebaut, aber ist ja egal. So, das fünfte und letzte Teil besteht aus dem da, dem da, dem da. zwei Steinen. Einen lilanen Kristall und einen blauen Kristall. So, und wir haben das fertig und somit auch die erste Welt gepackt. Wie gesagt, schreibt kräftig in die Kommentare oder wie gesagt, schreibt eine soll ja schreiben der andere nein oder ein anderes Projekt und dann Daumen hoch. wie gesagt, es sind noch einige Projekte, die ich offen habe. Wie gesagt, ich habe auch ein paar Point and Click Adventures oder zum Beispiel auch Geheimakte da. Also, wollt ihr mehr die zweite Staffel sehen oder sagt ihr nein, wir wollen ein neues Spiel sehen. So, und ich klicke mal auf Exit. Möchtest du die Welt verlassen? Ja, möchte ich. Sehr schön, ich habe hier die Errungenschaft freigeschaltet im Land, oder? Und ich zeige euch mal noch, äh, was euch erwartet. Diejenigen muss sagen, sie möchten gleich die nächste Welt sehen. Oh, schönes lila Licht. So, wir haben das freigeschaltet Level 2 und zwar, jetzt haben wir eine Welt, äh, der Größe Mittel, wir haben eine Weltart Eiswelt, wir haben Wetterevents mittelmäßig, Topografie, bergig und Schwierigkeitsgrad normal. Ja, das war es jetzt, wie gesagt, von der Welt 1. Wie gesagt, stimmt drüber ab. Ich werde hier schon mal im Voraus auf jeden Fall Level 2 Land des Winterhimmels aufnehmen und dann, wie gesagt, kommt es darauf an, wie ihr abstimmt und, äh, dann wird es dann dementsprechend neue Folgen von Crafts World oder einem neuen Spiel geben. In dem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!